Eines der wichtigsten Tullner Projekte der nächsten Jahre und Teil der seit 2012 laufenden Modernisierungsoffensive, nämlich der Bau der größten Messehalle Niederösterreichs, feierte am 4. Dezember seine Dachgleiche und ganz Tulln war eingeladen. Und diesem Aufruf folgten auch zahlreiche Besucher sehr gerne, um bei diesem für Tulln so historischen Ereignis dabei sein zu können. Neue Messehalle 3 hat 6.500 Quadratmeter Ausmaße. In insgesamt 120 Tagen werden wir dann fertig sein. Am 5. März 2015 rechtzeitig zur Bo Tulln werden wir hier die größte Messehalle Niederösterreichs eröffnen. Tulln hat ja eine tolle Entwicklung genommen in den letzten Jahren, aber ganz besonders in den letzten Monaten. Mit der Eröffnung des Donutsplash, mit der Eröffnung des Danobiums, mit der Verlängerung der Garten Tulln und jetzt mit der gleichen Feier für die größte Messehalle Niederösterreichs zeigen wir einmal mehr, dass wir in Niederösterreich ganz vorne sind. Bürgermeister Magister Peter Eisenschenk gab bei dieser Gelegenheit auch gleich Ausblicke auf die kommenden Jahre. Ich freue mich unheimlich sehr auf 2015, aber auch auf die Jahre danach, weil wir nun mit dem konsolidierten Haushalt die Möglichkeit haben, ganz aktiv noch besser die Zukunft in Tulln zu gestalten. Wir sind auch, wir werden auch sehr vielen Trends gerecht, die überregional ganz einfach festzustellen sind, im digitalen Bereich, im Bereich der neuen Arbeitsformen, Lebensformen. Also, und das bildet sich in den Plänen ganz einfach ab. Die Halle ist jetzt sehr schön. Ich habe es mir nicht so gut vorgedacht, aber es ist super geworden und ich hoffe, da kommt noch richtig Stimmung rein. Sehr beeindruckend, was da geschenkt ist. In der Messe, da war es schön und ich hoffe, dass es bald fertig wird. Das schaut sehr toll aus, ja. Wirklich beeindruckend. Ganz spitze ist der Wind. Was da alles gebaut ist worden, das Ganze am Hauptplatz, die Tiefgarage, die Messe da wird jetzt ausgebaut. Die Halle, das ist jetzt gigantisch, was es da ist. Es ist eine große Freude. Diese Impulse, die Tulln mit dem Land gemeinsam setzt, die wirken sich in der gesamten Region und auch in den Unternehmen der gesamten Region aus. Also, wir leben von solchen Impulsen. Und hier ist Tulln ein Hotspot. Hier ist Tulln ein besonderer Impulsgeber. Jetzt schon, auch durch Investitionen wie zum Beispiel diese Halle. Ja, das ist ein Projekt der Stadt Tulln, der Messe Tulln mit Unterstützung des Landes Niederösterreich und der ECOPRUS. ECOPRUS, die Wirtschaftsgesellschaft des Landes Niederösterreich. Und wieso kam es zu dieser Unterstützung? Weil ECOPRUS im Auftrag des Landes sogenannte Impulsprojekte unterstützt. Das sind Projekte, die aus der Region und in der Region entstehen, aus der Region kommen und Impulse, einen Mehrwert in die Region bringen sollen. Und genau dieses Messeprojekt, diese Investition wird diese Impulse bringen. In touristischer Hinsicht, in internationalen Kontakten, in Wertschöpfungsfragen. Das heißt, das ist ein Bündel von Mehrwerten, von positiven Konsequenzen, von Folgen, die dieses Projekt für die Stadt und für die Region bringen wird. Und daher kam es zu dieser Unterstützung. Tulln ist ein für uns ganz wesentlicher Messestandort. Durch das neue Management und durch den Bürgermeister vor allem, der wirklich in einer Ausrichtung versucht hat, die Messe auf neue Beine zu stellen, war es auch für das Land klar, dass wir die Unterstützung in einer sehr breiten Form möglich gemacht haben. Und wir alle ökologischen Kompetenzen hier bündeln, war es notwendig, dieses Projekt in dieser Form zu errichten. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass das in dieser Form gelungen ist. Und vor allem in dieser kurzen Zeit. Und das zeigt einmal, dass wenn man gemeinsam an einem Strang sitzt, sehr schnell zu einem Ergebnis kommt. So trinke ich nun auf dieses Haus, dieses Glas in einem Zuge aus und werde es, obwohl es nicht schwer ist, auch noch zerstören, wenn es leer ist. Denn Scherben bringen glückliche Leute und das wünsche ich Ihnen allen heute und sage zum Schluss mit Stolz und Kraft ein Dreifachhoch der Bauherrschaft. Seit 2011 schreibt die Messe durchgehend schwarze Zahlen und auch Umsatz und Anzahl der Messen steigen jährlich. Mit der neuen Halle wird somit auch eine beachtliche Umwegrentabilität forciert, da sich laut Studien jeder bei der Messe ausgegebene Euro fünf bis sieben Mal in der Wirtschaftsleistung der Stadt vervielfacht. Und das ist nur einer der vielen Gründe, warum sich jetzt schon ganz Tulln auf die offizielle Eröffnung der Halle im Rahmen der Bootstulln am 5. März freut. Und man könnte sogar sagen, dass einige vor Freude hüpften. Denn im Rahmenprogramm der gleichen Feier konnten die Besucher gratis einen Bungee-Sprung wagen.